Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner, Träger der öffentlichen Gewalt ist die Gesamtheit der Deutschen, die in Berlin ihren Wohnsitz haben. Sie üben nach dieser Verfassung ihren Willen unmittelbar durch Wahl zur Volksvertretung und durch Abstimmung, mittelbar durch die Volksvertretung aus. Die Erlaubnis des Präsidenten voraussetzend, habe ich mir die Freiheit genommen, den für unsere Beratung heute einschlägigen Artikel aus der Verfassung von Berlin zu zitieren, um uns alle noch einmal daran zu erinnern, welch essentielle Bedeutung den Wahlen zukommt. Und ich füge für uns Linke hinzu, wir würden das Wahlrecht gerne auf alle BerlinerInnen ausweilen. Aus freien Wahlen leitet sich die Legitimation aller staatlichen Akte ab. Und deshalb gehen Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen an die Wurzel unseres Gemeinwesens. Und deswegen ist es einerseits von herausragender Bedeutung, die Ursachen der Fehler rücksichtslos aufzuarbeiten und zugleich vor allem zu beheben. Und dabei sollte es sich für alle demokratischen Parteien verbieten, auf aktuelle Umfragewerte zu schielen und parteipolitische Spielchen zu treiben. Der Abschlussbericht der von uns Linken ursprünglich vorgeschlagenen Expertinnenkommission hat deutlich gemacht, dass die Fehler im vergangenen Jahr auf strukturellen Problemen beruhen. Sie haben dazu geführt, dass das Wahlsystem in Berlin nicht krisenfest ist. Ein Grund dafür ist das Wahlgesetz, das seit 1977 nicht mehr grundsätzlich angepackt wurde, trotz aller Veränderungen der vergangenen 45 Jahre. Es gibt zum Beispiel keine klaren Zuständigkeiten zwischen den Landes- und Bezirkswahlämtern oder gesetzliche Kriterien für das Wahlprüfungsverfahren. Ob diese strukturellen Mängel der zuständigen Senatsverwaltung schon seit 2017, wie angesprochen, bekannt waren und falls ja, durch diese hätten behoben werden könnten, muss noch geklärt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen darf in unserer Demokratie aber nicht davon abhängen, ob einzelne Akteure oder ein einzelner Akteur seiner Aufgabe gewachsen ist oder nicht. Gegen individuelles Versagen muss es systemische, muss es rechtliche und organisatorische Absicherung geben. Im Klartext, das angesprochene Berliner Verantwortungs-Pingpong darf es bei der Wahlorganisation nie wieder geben. Und dafür liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Notfalldurchgriffsrechte des Landeswahlleiters, einheitliche Standards, Probewahlen, eine Lex für den Vorrang von Wahlen gegenüber kommerziellen Großveranstaltungen und andere Punkte haben wir bereits vor zwei Wochen in diesem Saal miteinander beraten und auch eben sind sie angesprochen worden. Und wir haben bereits angefangen, die organisatorischen Ratschläge der Kommission im Senat umzusetzen. Doch aufgrund der vorläufigen Rechtsauffassung des Verfassungsgerichtshofs, die für die meisten Verfassungs- und Wahlrechtsexperten hinsichtlich des Umfangs überraschend war und der voraussichtlich anstehenden Wahlwiederholung hat die Behebung der organisatorischen Mängel an Dringlichkeit gewonnen. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir dürfen nicht und wir können nicht bis zur Verkündung des Urteils warten. Es müssen jetzt die Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen getroffen werden. Und vor allem die Senatsinnenverwaltung ist gefordert, sich entsprechend des Kommissionsberichts nicht erneut auf eine, ich zitiere, nachträgliche Kontrolle zu beschränken, sondern eine tatkräftige, ich zitiere, unterstützende Begleitung zu bieten. Mein Eindruck ist, dass das passiert. Und ich gehe davon aus, dass die Wahlvorbereitung ab jetzt ständiger Tagesordnungspunkt im Senat wird und ich schlage vor, dass dies auch im Innenausschuss regelmäßig nachgehalten werden sollte. Denn wir als VolksvertreterInnen müssen die Wahlvorbereitung genauso engmaschig begleiten und die jetzt schon ersichtliche Wahlrechtsreform gründlich vorbereiten. Deswegen freue ich mich auch, dass der Ältestenrat dazu eine Arbeitsgruppe einrichten möchte. Von allen Fraktionen bis auf einer haben wir positive Rückmeldungen bekommen. Herr Wegner, Sie haben es heute nachgeholt, das freut mich, das freut mich ausdrücklich. Sie sind spät bei der Party, aber besser spät als nie. Es hinterlässt aber so einen schalen Beigeschmack, muss ich an der Stelle sagen, ähnlich wie wenn Sie zu spät zur Party kommen und das Sektglas nicht mehr ganz so prickelt. Aber wie gesagt, wir freuen uns, dass Sie heute zugesagt haben, mitzuarbeiten. Ich glaube, das ist der Sache dienlich. Sehr geehrte Damen und Herren, das Vertrauen der BürgerInnen in unsere demokratische Republik hängt aber nicht nur vom ordnungsgemäßen Ablauf von Wahlen ab. Es hängt vor allem auch davon ab, wie die gewählten VolksvertreterInnen ihr Mandat ausüben. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wegner? Aber gerne. Vielen Dank, Herr Schlüsselburg, für die Möglichkeit. Ich habe das jetzt schon häufiger gehört, seit fünf Wochen. Ich kenne diese Initiative im Ältestenrat seit zwei Wochen. Ich habe heute klar gesagt, wir arbeiten da selbstverständlich gerne mit und ich freue mich, dass das eine gemeinsame Initiative ist. Aber Herr Schlüsselburg, ich hätte noch mal eine Frage an Sie. Wie ist Ihnen eigentlich bewusst oder können Sie sich erinnern, dass unsere Fraktion bereits am 15. August einen Antrag hier ins Haus eingebracht hat, wo wir konkrete Vorschläge für eine Wahlvorbereitung machen wollen? Leider hat sich die Koalition und der Senat dazu noch nicht verhalten. Vielleicht tun Sie es heute. Herr Wegner, selbstverständlich kennen wir Ihre Anträge. Und Sie sind ja auch vor zwei Wochen hier gewesen. Vor zwei Wochen haben wir uns auch sehr substantiert vor der vorläufigen Rechtsauffassung des Verfassungsgerichtshofs über unsere Hausaufgaben in Bezug auf mögliche Wahlorganisationsverbesserungen und auch rechtliche Konsequenzen miteinander ausgetauscht. Aber wissen Sie, das kann jetzt auch nicht als Feigenblatt dafür herhalten, dass Sie es jedenfalls bis heute unterlassen haben, eine Rückmeldung, eine Zusage zu geben, in dieser vom Ältestenrat avisierten Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Ich finde das sehr gut, dass Sie das heute gemacht haben und in dem Setting werden wir dann auch die verschiedensten Vorschläge beraten. Die Koalitionsfraktionen sind schon seit Längerem vorbereitet mit konkreten Formulierungen für mögliche Änderungsbefehle für das Landeswahlgesetz, mit Vorschlägen für die Landeswahlordnung. Und insofern, wie gesagt, schön, dass Sie bei der Party dabei sind. Es wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn Sie das auch in dem Setting früher gemacht hätten. Einfach nur einen Antrag auf einen Antrag zu verweisen, ist ein bisschen schlanker Fuß, wenn man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Aber wie gesagt, ich kloppe nicht auf ihn rum, sondern ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Herr Kollege, auch die Kollegin Seibelt begehrt noch eine Zwischenfrage. Bitte, gerne. Herr Kollege, sind Sie wirklich der Auffassung, dass die Frage, ob wirksame Wahlen in Berlin durchgeführt werden und wie die durchgeführt werden mit dem Begriff, dass sie bei der Party dabei sind, zutreffend bezeichnet sind? Also, Frau Kollegin Seibelt, ich habe am Anfang meiner Rede den einschlägigen Artikel der Verfassung von Berlin zu der Frage, wer trägt die öffentliche Gewalt und welche Bedeutung hat das, welche konstitutive Bedeutung hat das für alles das, was wir hier tun, an dem Beginn meiner Rede gestellt. Ich glaube, dadurch konnten Sie feststellen, welche wichtige Bedeutung ich den Wahlen zumesse. Wenn ich mein Redemanuskript spontan abändere, weil ich mich freue über ein Signal aus Ihrer Fraktion, das nach Kenntnis der parlamentarischen GeschäftsführerInnen bisher unterlassen wurde, dann ein wenig das Manuskript abändere und ein bisschen umgangssprachlicher werde, tut das sozusagen der Wichtigkeit des Themas kein Abriss. Kommen wir zurück zur Sache. Das Vertrauen der BürgerInnen in unsere demokratische Republik hängt eben auch davon ab, wie die gewählten VertreterInnen ihr Mandat ausüben. Bürgermeister Klaus Lederer möchte ich an der Stelle zitieren, wir können nicht drei, vier, fünf Monate gar nichts tun. Und damit hat er recht. Durch den verbrecherischen Überfall Putins auf die Ukraine leben wir in Zeiten enormer Verunsicherungen. Die Lebensmittel- und Energiepreise explodieren. Die Inflation entwertet unser Geld und die Zinserhöhung zu ihrer Bekämpfung nach dem Motto Whatever it takes werden wahrscheinlich zu einer Rezession führen. Uns drohen deswegen soziale Verwerfungen, wenn wir nicht entschlossen mit allen staatlichen Mitteln gegensteuern. Darum ist der Senat und sind wir als Abgeordnete gefordert, und zwar ungeachtet möglich anstehender Wiederholungswahlen, all unsere Kraft dafür einzusetzen, dass die Menschen in Berlin geschützt werden. Wir bedauern, dass sich AfD und CDU augenscheinlich entschlossen haben, schon heute den Wahlkampf einzuleuten. Ich sage Ihnen, das ist ein Stück weit verantwortungslos. Wir auf der anderen Seite regieren und stellen sicher, dass die Sorgen der Ärmsten mitgedacht und ernst genommen werden. Dafür waren und sind auch wir Linke der Garant, wie Sie zum Beispiel an der kommenden Preissenkung für das Sozialticket ab Januar sehen können. Unsere SenatorInnen tun alles in ihrer Macht Stehende, um die BerlinerInnen vor den Krisenfolgen zu schützen. Sie nutzen jeden Tag in ihrem Amt, damit die BerlinerInnen sozial und warm durch den Winter kommen. Diese Aufgabe steht direkt an. Sie arbeiten aber auch weiter an grundlegenden Projekten, die allen Menschen in Berlin auch nach den Krisen, hoffentlich gehen sie schnell vorbei, zugutekommen werden. Katja Kipping arbeitet an einer Ausbildungsplatzumlage, Lena Kreck kämpft für das Zurückfahren der Vollstreckung von Armutsdelikten und Klaus Lederer arbeitet an Hilfen für die Kultur und die Kulturlandschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wichtig es ist, dass in Berlin die Linke aktuell und auch zukünftig mitregieren muss und nicht CDU und FDP, zeigt der Blick auf die Bundesebene. Die FDP hat in der Bundesregierung über Monate hinweg das verhindert, was dringend notwendig ist. Markteingriffe wie den Gaspreisdeckel oder die Verstaatlichung von Energiekonzernen. Und damit, Herr Krestel, trägt die FDP wesentlich die Verantwortung für viele soziale Nöte und für Unsicherungen. Das ändert auch an Ihren Zwischenrufen nichts. Ihr rein ideologisches Festhalten an der Schuldenbremse nimmt der öffentlichen Hand die Handlungsfähigkeit. Im Klartext, die FDP entpuppt sich als Sicherheitsrisiko in der Bundesregierung und ich bin mir sicher, die Berliner werden verhindern, dass die FDP zu einem Sicherheitsrisiko in einem Senat werden wird. Und mal ehrlich, die Ampel mit der Lindner-FDP auf der einen Seite und SPD und Grünen auf der anderen Seite arbeiten doch schon nach nur einem Jahr Koalition so vertrauensvoll in Anführungszeichen zusammen wie Lars Windhorst und Hertha BSC. Nein, auf so ein Teamplay können wir hier in Berlin wahrlich verzichten. Und was ist mit der CDU, werden einige fragen. Der CDU-Vorsitzende, der angekündigt hat, sich hier in Berlin voll in den Wahlkampf reinzuhängen, hat ja schon mal gezeigt, was von ihm zu erwarten ist. Er hat Menschen, die vor Putins Bomben fliehen, als Sozialtouristen denunziert. Und damit nicht genug. Er behauptet, unser Sozialsystem würde einen, Zitat, Pull-Faktor für Menschen aus anderen Ländern darstellen. Damit greift Herr Merz das Narrativ, ja, da würde ich mich auch aufregen, damit greift Herr Merz das Narrativ von Nazis und der AfD auf. Herr Wegner, wir finden das unerträglich und kreuzgefährlich. Ich hoffe, Sie auch. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind zuversichtlich, dass es auch nach einer möglichen Wahlwiederholung in Berlin soziale Mehrheiten geben wird. Wir sind zuversichtlich, dass Berlin gestärkt aus dieser Bewährungsprobe hervorgehen wird. Und dafür werden wir jeden Tag bis zu den Wiederholungswahlen und darüber hinaus arbeiten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.